Ja ihr Lieben, ihr seht es ja hier. Einfach mal wieder ein Spiegel von Jakobs Predigt. Ich habe es versucht die Predigt bei Odyssee runter zu laden. Also mit bewegten Bildern hat wieder nicht geklappt. Deswegen jetzt rein hier als Audio. Könnt ihr dann gucken bei VK Bitchute, Odyssee und Rumble. Beziehungsweise dann natürlich nur hören. Vielleicht bis gleich. Tschüss.